Nicht jeden gefällt unsere Schnellfrage für 9,90 Euro. Ist es schlimm, wenn wir für unsere Leistung ein Honorar haben wollen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, wir bieten also auf rentenbescheid24.de einen ganzen bunten Strauß an Angeboten an, an Dienstleistungsangeboten. Das geht also von Beratungsangeboten, Sorglosangeboten, Rentenbescheid prüfen, Rentenantrag stellen und so weiter und so fort. Ja, und unser Einstiegsangebot für die kleine Frage und dazu eine kleine Antwort ist die Schnellfrage für 9,90 Euro. Und jetzt habe ich einen Kommentar lesen müssen auf rentenbescheid24.de, also auf dem Video. Da hat sich da einer darüber, ja, sagen wir mal, aufgeregt oder hat sich verwundert, warum man denn für eine Beratung 9,90 Euro bezahlen muss. Man bekommt doch das alles bei der Deutschen Rentenversicherung kostenlos. Meine Damen und Herren, ich betreibe in Halle-Saale eine Rechtsanwalts- und Rentenberatungskanzlei und habe acht angestellte Menschen. Dass ich nicht kostenfrei in Deutschland beraten kann, das dürfte doch jedem klar sein. Und wenn der Mensch, der uns da kritisiert hat, zu Aldi oder in den Real oder in den Rewe geht oder zu Edeka, meinetwegen, egal wo er einkaufen geht oder irgendwelche Sachen kauft, muss er auch Geld dafür auf den Tisch legen. Und ich bin der Meinung, was nichts kostet, ist nichts wert. Also von der Seite her können wir nur sagen, ja, wir bieten unsere Leistung gegen Honorar an. Und wer der Meinung ist, dass er das nicht bezahlen möchte, unserer Leistung, der kann das kostenfreie Angebot bei der Deutschen Rentenversicherung ganz entspannt nutzen. Dafür sind die da. Also letzten Endes haben sie ja die Qual der Wahl. Entweder sie gehen zur Deutschen Rentenversicherung oder zu einem versicherten Ältesten. Die machen das alles kostenfrei. Oder aber, wenn sie der Meinung sind, dass sie was dafür bezahlen wollen oder sich sicherer fühlen, dann gehen sie halt zu einem Rentenberater oder Rechtsanwalt. Der will letzten Endes dafür Honorar nehmen. Und ich finde 9,90 Euro für eine kleine Schnellfrage ist jetzt nicht so viel Geld, wo man mal letzten Endes so eine kleine Richtung kriegt, eine kleine Orientierung bekommt. Und dann, wenn man dann noch weiteren Beratungsbedarf hat, kann man ja letzten Endes dann auch noch entweder zu einem anderen Rentenberater gehen oder zur Deutschen Rentenversicherung und sich dort nochmal kostenfrei beraten lassen. Also meine Damen und Herren, wir nehmen Kritik selbstverständlich ernst. Aber wir müssen schon mal sagen, Leistungen beim Rentenberater, Rechtsanwalt kosten halt Geld. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.